Der Überläufer wittert. Windet. Bewegt mich gerade überhaupt nicht. Warum vertraut mit den Fuschen? Weil der Überläufer ist ziemlich nervös. Jetzt suche ich mir einfach nur noch den richtigen Moment. Schauen wir mal, wo sind die beiden Bachen, die frischen Überläufer. Seht ihr, die Bachen sind weg. Was ich nicht gedacht hätte, die frischen, die drücken sich einfach nur um den Stamm des Baumes.